Stell dir vor, eine geliebte Person zieht sich zurück, möchte nichts mehr unternehmen, ist total niedergeschlagen, grübelt viel und sieht alles durch die grau-schwarze Brille. Für dich als Angehörige oder Angehöriger einer depressiv erkrankten Person kann das sehr belastend sein. Natürlich ist eine Depression in erster Linie für die betroffene Person belastend. Aber auch für das Umfeld ist es oft nicht leicht. Zu sehen, dass es einer nahestehenden Person schlecht geht, macht nämlich auch viel mit einem selbst. Vielleicht fühlst du dich dann hilflos, denn natürlich möchtest du der geliebten Person gerne helfen. Oft weiß man aber nicht wie oder nicht scheint so richtig zu funktionieren. Da macht sich dann verständlicherweise Traurigkeit, Verzweiflung oder sogar Mut breit. In dem Zusammenhang können viele Fragen aufkommen, wie zum Beispiel, wie verhalte ich mich richtig? Wie kann ich den geliebten Menschen am besten unterstützen? Soll ich nachfragen, wie es der Person geht oder sie lieber ablenken? Soll ich bei den Alltagsdingen helfen oder sie oder ihnen alles eigenständig machen lassen? Natürlich gibt es nicht den einen einzigen richtigen Weg, um Betroffenen zu helfen. Manchen tut vielleicht besonders viel Unterstützung gut. Andere empfinden es womöglich eher als zusätzliche Belastung und Druck. Dabei ist Kommunikation total wichtig und Nachfragen kann helfen, um zu erfahren, was sich der oder die Betroffene wünscht. Zum Beispiel, was brauchst du von mir? Wie möchtest du mich an deiner Seite haben? Was möchtest du nicht? So wie jede Depression anders ist, muss natürlich auch jede Unterstützung individuell sein. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar hilfreiche Punkte, die nicht nur der betroffenen Person helfen können, sondern auch dem Umfeld. An erster Stelle steht hier die professionelle Hilfe. Betroffene scheuen sich oft davor, sich an jemanden zu wenden. Da kann Scham eine Rolle spielen, aber auch ein typisches Symptom der Depression, die Hoffnungslosigkeit. Oft besteht ja das Gefühl, dass einem sowieso nicht so niemand helfen kann. Da ist also die Initiative von Angehörigen gefragt. Hilfreich kann es sein, der Person bei der Suche nach einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin oder nach einem Psychiater oder einer Psychiaterin zu unterstützen. In manchen Fällen tut es Betroffenen auch gut, wenn sie bei dem ersten Termin begleitet werden. Dabei ist es gleichzeitig besonders wichtig, trotzdem in der Rolle als Angehöriger und Angehörige zu bleiben. Vermutlich bist du kein Fachpersonal und selbst wenn du es bist, bist du viel zu involviert und zu nah dran. Geh doch mal in die frische Luft. Mach Sport. Setz dich einfach in die Sonne. Konzentrier dich auf die guten Dinge im Leben. Reiß dich einfach mal zusammen. Solche oder ähnliche Tipps sind typische Dinge, die Personen mit Depressionen bekommen. Vielleicht hattest du selber noch keine Depressionen, aber bestimmt ging es dir auch schon mal sehr schlecht. Dir war alles zu viel, dir war einfach nach gar nichts zumute und du wolltest dich nur verkriechen und deine Ruhe haben. Stell dir mal vor, dann hätte dir jemand zum Beispiel den Tipp gegeben, dass du dich einfach mal aufs Positive konzentrieren sollst. Fühlt sich irgendwie falsch an, oder? Es ist total nachvollziehbar, dass man Tipps und Ratschläge geben möchte, weil man der Person so gerne helfen möchte und in den meisten Fällen sind diese auch einfach nur lieb gemeint. Tatsächlich sind diese oft aber nicht hilfreich und Betroffene fühlen sich missverstanden und ziehen sich womöglich noch mehr zurück. Eine therapeutische Rolle einzunehmen macht daher sehr wenig Sinn. Viel besser ist es, der Person zu signalisieren, dass man da ist. Die Deutsche Depressionshilfe hat depressiv erkrankte Menschen gefragt, was sie gerne hören würden. Das kann zum Beispiel, ich bin für dich da oder nicht schlimm, wenn heute nichts geht sein. Aber auch Sätze wie, es ist nicht deine Schuld oder ich nehme deine Erkrankung ernst, können tröstend sein. Statt ungefragter Unterstützung kann auch die Frage, kann ich dich unterstützen, sinnvoll sein. Da Betroffene trotzdem weiterhin eine aktive Rolle beibehalten. Es kann helfen, sich diese Sätze gemeinsam anzuschauen. Vielleicht passt dir etwas für den einen oder die andere Betroffene oder ihr passt sie gemeinsam individuell an. Informiere dich am besten auch, selbst so gut es geht über die Erkrankung. Damit kannst du ein aktiver Gesprächspartner sein und du wirst besser verstehen können, was in der Person vorgeht und dich dadurch weniger hilflos fühlen. Ein besonders belastendes Thema ist natürlich auch der Umgang mit Suizidgedanken. Falls diese bei Betroffenen aufkommen, müssen diese unbedingt ernst genommen werden. Es gibt dieses Vorurteil, dass Menschen, die über Suizid sprechen, sich nichts antun. Das ist nicht nur totaler Quatsch, sondern es kann auch super gefährlich sein, wenn man solche Äußerungen nicht ernst nimmt. Habe auch keine Scheu davor, das Thema direkt anzusprechen. Auch da besteht der Mythos, dass man dadurch den Suizid triggern könnte. Aber in der Regel ist genau das Gegenteil der Fall. Betroffene erleben es nämlich als entlasten, wenn sie sich mit jemandem über ihre Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit austauschen können. Ganz wichtig ist bei aufkommender Suizidalität auch professionelle Hilfe heranzuziehen. Versuche nicht, die Situation auf eigene Faust zu entschärfen. Das ist viel zu viel Verantwortung für Angehörige. Wende dich mit der betroffenen Person an ärztliches oder psychotherapeutisches Fachpersonal. Wenn es ganz schnell gehen muss, dann fahr mit der Person in die nächstgelegene Klinik. Dort werdet ihr Unterstützung bekommen. Manchmal kann das Verhalten von einer betroffenen Person auch verletzend sein. Zum Beispiel, wenn sie oder er abweisend ist oder sich zurückzieht. Das sollte möglichst nicht persönlich genommen werden, denn der oder die Betroffene möchte vermutlich andere nicht bewusst kränken. Gleichzeitig ist eine Depression natürlich auch keine Entschuldigung für jedes Verhalten und es muss nicht alles akzeptiert werden. Aber auch da ist eine offene Kommunikation über das eigene Erleben und Empfinden sehr hilfreich. Es ist völlig verständlich, wenn man selber auch an seine Grenzen kommt und von Gefühlen wie Wut, Traurigkeit, Ärger und Frustration überrollt wird. Das sollte man ernst nehmen und sich vielleicht auch selbstprofessionell Hilfe suchen, wie zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe. Nur dann kann man selber gesund bleiben und dem geliebten Menschen eine langfristige Stütze sein. Zu sehen, dass es einer geliebten und nahestehenden Person so schlecht geht und nicht zu wissen, wie man damit umgehen soll, kann eine unheimliche Last sein. Aber genauso wie Menschen, die in einer Depression erkrankt sind, müssen auch Angehörige mit ihren Sorgen, Überforderungsgefühlen und Ängsten nicht alleine bleiben. Es gibt viele Angebote für Angehörige, zum Beispiel Angehörigengruppen oder Online-Angebote. Schau dazu gerne mal in die Links unter unserem Video. Angehörige, zum Beispiel Angehörige, zum Beispiel Angehörigen, eine aktive Kurschisch-Törungstheorch a. Angehörige, zum Beispiel Angehörige, zum Beispiel Angehörigen, die in der nächsten Hörigen, die in der Näheber, das angehörige der Ausatmacht hat. Vielen Dank.